Es ist wieder soweit, Erinnerungen an die Zeit vor 30 Jahren. Terror, Hass und Bomben prägen den Alltag in Nordirland. Die Menschen sind Opfer eines Konfliktes, dessen religiöse und soziale Hintergründe weit in die Vergangenheit reichen. Wie ist es, wenn man schon als Kind diese Gewalt erlebt, die Eltern verliert oder mit ansehen muss, wie das Zuhause in Flammen aufgeht? Was fühlen und denken junge Menschen? Haben sie überhaupt eine Möglichkeit, ihr Leben anders zu leben als in Angst und Schrecken? Diese Fragen beschäftigten ZDF-Autor Gerhard Mayer, sein Film Die Erben des Hasses – Kinder in Nordirland. Ich möchte noch einmal ein Kind sein und die Welt mit den Augen eines Fünfjährigen sehen. Kinder in Nordirland singen dieses Lied in ihren Schulen, im Religionsunterricht. Es ist ein populäres Lied im Jahre 1981 in Nordirland. Diese Kinder kennen keine friedliche Welt. Ihr Alltag ist überschattet von Gewalt. Bomben, Soldaten, Patrouillen. Nicht zuletzt die Kinder sind die Leidtragenden dieser Auseinandersetzungen. Betrogen um ihre Kindheit stehen sie vor einer ungewissen Zukunft. Musik Make my soul join, my heart free, my life a dance, I'll dance the praise to you. Ich mag Katholiken nicht. Ich hasse sie nicht als Einzelne, aber ich hasse sie als Gruppe, weil sie gegen uns kämpfen. Das ist meine Meinung. Es geht wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie töten einen von uns und wir töten einen von ihnen. Aber das ist die falsche Einstellung. Auf diese Weise erreicht man keine Lösung. Musik Zwei Stimmen von vielen. In Nordirland stellt man Schülern nicht die Frage, wer bist du, sondern in welche Schule gehst du? In eine protestantische oder eine katholische? Und das bedeutet auch, auf welcher Seite stehst du? Dies sind Schülerinnen der St. Luise Schule in Belfast, in der Falls Road, einem sogenannten harten katholischen Stadtteil. 98% aller Katholiken besuchen katholische Privatschulen. Mehr als 99% aller protestantischen Schüler gehen in die protestantischen Staatsschulen. In Nordirland stehen eine Million Protestanten, 500.000 Katholiken gegenüber. Die Kirchen sind daran schuld, dass wir nicht zusammenkommen können, sagen viele. Sind es die Priester, die diesen Zustand wollen? Nein, zunächst einmal die Kirche, das sind wir. Die Kirche besteht nicht nur aus Priestern und Bischöfen, auch sie kommen aus dem Volk. Eine der traurigen Wirkungen der Unruhen ist der nachlassende Einfluss der Priester. Wir haben leider so viele Führer, die sich selbst ernannt haben. Ich glaube nicht, dass die Priester ihre Macht ausnutzen. Und wenn sie dies tun würden, dann wäre das nur gut. Denn im Großen und Ganzen sind Priester bescheiden und mischen sich nicht in die aktive Politik ein. Eine Antwort, die nur bedingt zutrifft, denn die Wirklichkeit sieht anders aus. Man muss nicht katholisch sein, um in St. Luises aufgenommen zu werden. Aber jede der 2300 Schülerinnen ist katholisch. Katholiken und Protestanten haben theoretisch die Möglichkeit, auch die Schulen der anderen Konfessionen zu besuchen. Aber sie würden es nie wagen. Dafür sorgen schon die Priester beider Konfessionen in Nordirland. In einer katholischen Schule kommt die Kirche bereits ins Klassenzimmer. Die Jesuiten haben einen berühmten Spruch. Gib mir das Kind in den ersten sieben Jahren seines Lebens und ich gebe dir den Mann. Die katholische Kirche in Nordirland versichert sich der Kinder bis in die Teenagerjahre. Und sie tut es gründlich. In den Aufsichtsgremien der katholischen Privatschulen hat die Kirche eine Zweidrittelmehrheit. Ein Drittel steht dem Lehrkörper zu. Die Eltern haben keine Mitbestimmung. Etwas besser ist es in den protestantischen Staatsschulen. Hier hat die anglikanische Kirche nur die Hälfte aller Sitze. Eltern und Lehrkörper sind zu je einem Viertel an der Mitsprache beteiligt. Da beide Konfessionen ihren Einfluss nicht verlieren wollen, stößt die Frage nach einer Schule, die katholischen und protestantischen Kindern offen steht, auf Skepsis. Das ist wie eine ständig laufende Langspielplatte. Und vielleicht wissen Sie meine Antwort schon. Dies ist eine politische Frage, erfunden von Politikern, die nach einem Weg suchen, Protestanten und Katholiken gegeneinander auszuspielen. Wir leben hier in einem 100% katholischen Gebiet. Es gibt hier kein einziges protestantisches Haus. Was die gemeinsame Erziehung angeht, man kann nicht von den jungen Leuten erwarten, dass sie die Probleme der Alten lösen. Die älteren Menschen müssen lernen, miteinander zu leben, miteinander zu arbeiten. Und das ist ihnen bis heute noch nicht gelungen. Daher kann man auch nicht erwarten, Kinder verschiedener Konfessionen hier in St. Louis zusammenzubringen, wenn sie außerhalb der Schulzeit auch nicht zusammenkommen können. Eine Meinungsumfrage ergab allerdings, dass drei Viertel der nordirischen Bevölkerung für ein Schulsystem sind, in dem Katholiken und Protestanten gemeinsam unterrichtet werden. Dazu die Meinung von Schwester Genevieve. Ich bin nicht für Meinungsumfragen, denn gerade wir ihren neigen dazu, wenn wir gefragt werden, das zu sagen, von dem wir glauben, dass man es von uns erwartet. Außerdem haben wir einen speziellen Humor und deshalb tun wir nicht immer das, was wir vorher gesagt haben. Schülerinnen von St. Louis proben einen alten irischen Tanz. In den katholischen Schulen pflegt man irische Tradition und irische Sprache. Der Geschichtsunterricht ist auf Irland ausgerichtet und nicht so sehr auf England. Hier dürfen alle Schüler Kinder sein. Aber bei vielen zu Hause gelten die Gesetze des Untergrunds. Ihre Familien sind allgemein bekannt als Mitglieder oder Anhänger der verbotenen irisch-republikanischen Armee, die für den Anschluss Nordirlands an die überwiegend katholische Republik Irland kämpft. Die Schule, eine Oase des Friedens also? Nicht ganz, so scheint es. Die Väter oder Brüder von 151 Mädchen sitzen im Gefängnis. Die Familien von 200 Schülerinnen sind obdachlos geworden. Rund 21 Schülerinnen haben durch die Unruhen der letzten Jahre ihre Eltern verloren. Seit zehn Jahren leben diese Kinder ständig mit der Gefahr. Sogar der Schulweg kann für sie ein Problem sein. Katholiken gehen nicht durch ein protestantisches Straßenviertel, Protestanten nicht durch ein katholisches. An ihren Schuluniformen könne man sie erkennen, so fürchten sie, und sie schlagen oder mit Steinen nach ihnen gerufen. So gehen denn Protestanten und Katholiken am Ende eines jeden Schultages zurück in ihre Ghettos. Dorthin, wo sie sich sicher fühlen vor der Gewalt der anderen. Die anderen, das sind für die Nordiren auch die britischen Soldaten. Einst von der katholischen Minderheit als Beschützer empfunden, sind sie heute für Protestanten und Katholiken gleichermaßen Feinde. Trotz ihrer Gegenwart explodieren immer wieder Bomben. Mindestens zwei bis drei pro Tag. Ein bis zwei Tote pro Woche. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Auch hier ein ganz alltäglicher Fall. Dem Anschlag auf eine katholische Bürgerrechtlerin folgte wenige Stunden später die Explosion dreier Bomben in einem protestantischen Haus. Am Abend, das Ganze noch einmal, in den nordirischen Nachrichten der BBC. Magella Rooney, Schülerin von St. Louis ist daheim. Die Familie gehört zur Mittelklasse. Noch immer eine Seltenheit für nordirische Katholiken. Sie leben zwar im katholischen Ghetto, aber sie haben es geschafft. Ein eigenes Haus, bescheidener Wohlstand. An dem Bombenanschlag vom Mittag interessiert sie eigentlich nur die Machart. Magella Roonies Familie ist eigentlich untypisch für katholische Nordiren. Die Eltern in den Slums müssen mit weniger Geld oft zehn und mehr Kinder ernähren. Die katholischen Nordiren sind sozial unterprivilegiert. In den Lower Falls zugemauerte Fensterhöhlen. Heckenschützen sollen keine Gelegenheit finden, sich hier einzunisten. Denn in diesem Teil der katholischen Slums wohnt niemand mehr. Die Regierung ist dabei, das Gebiet zu sanieren. Die Bewohner mussten umziehen in Neubaublocks. Die Tragödie Irlands wurzelt in der jahrhundertelangen Unterdrückung der Katholiken durch die aus Schottland und England eingewanderten Protestanten. Das bedeutet bis heute, die Katholiken sind Bürger zweiter Klasse. Sie waren politisch benachteiligt durch ein manipuliertes Wahlrecht. Sie fanden und finden keine Arbeit, solange auch Protestanten danach suchen. Per Gesetz wurden sie nach Ausbruch der Unruhen zwar politisch aufgewertet, an der gesellschaftlichen Stellung der meisten Katholiken hat sich jedoch nichts geändert. Die einen resignierten und zogen sich zurück, die anderen gingen in den Untergrund und werfen Bomben. Terror erzeugt Gegenterror. Menschenleben und Besitz gelten nichts mehr in Nordirland. Wie lange diese Neubauten unversehrt bleiben, weiß niemand hier. Und so geschieht es, dass hier, nur eine Flugstunde von London entfernt, bereits am frühen Abend ganze Stadtviertel von Polizei und Armee abgeriegelt werden. Straßen werden verbarrikadiert, kein Auto kann nachts hier durchfahren. Die Bewohner wagen sich abends ohnehin nicht mehr auf diese Straßen. Auch tagsüber herrscht meistens Leere. Nur die Polizeipatrouillen in ihren gepanzerten Fahrzeugen sind allgegenwärtig. Natürlich handelt es sich meistens um katholische Stadtviertel. Denn die britische Armee und die fast ausschließlich protestantische Polizei vermuten Brandstifter und Bombenleger nun mal eher im katholischen als im protestantischen Lager. Eine Armeepatrouille in den Lower Falls, einer katholischen Hochburg. Die Lower Falls genießen einen traurigen Ruf. Vor zehn Jahren war dieser Teil der Stadt eines der schlimmsten Elendsviertel in Nordirland. Während der jahrelangen Unruhen kam von hier der härteste Widerstand gegen die britischen Truppen. Vor zwölf Jahren kamen die ersten Soldaten. Etwa 12.000 sind es heute. Der Dienst ist anstrengend und gefährlich. In 24 Stunden drei Patrouillen. Das bedeutet dreimal Angst und Anspannung in einer feindlichen Umgebung. ... ... Die Slums von einst wurden dem Erdboden gleichgemacht. Nur einige Ruinen sind geblieben. Hier lagern Terroristen gerne Bomben. Da sich die Bevölkerung einer Umsiedlung in andere Stadtteile widersetzte, wurden riesige kasernenähnliche Wohnblocks hochgezogen. Die neuen Slums von heute. Teile davon stehen leer, sind der Verwüstung durch meist jugendliche Banden preisgegeben. Wir hassen die Briten oder einfach Briten raus. Das ist heute die Stimmung bei der Bevölkerung, allerdings nur bei den Armen. Für sie stellt die Anwesenheit der britischen Soldaten einen Zustand dar, den sie gerne als Besatzung kennzeichnen. Und dagegen wehren sie sich. Harmlos, wie hier mit einer kalten Dusche, oft aber mit Steinen, Flaschen oder Molotow-Cocktails. Die Gefahr aus dem Hinterhalt, hier ist sie eine ständige, oft tödliche Bedrohung. Viele starben seit Beginn der Unruhen. Soldaten, Polizisten und oft auch Kinder. Im katholischen Bezirk Addoin gibt es nur eine Hauswand, die nicht verfallen aussieht. Hier haben Katholiken ihren Toten, die sie als Helden verehren, ein Denkmal gesetzt. Die Spenden dafür kamen aus allen katholischen Stadtteilen. Alle deren Namen hier eingemeißelt sind, gehörten zur IRA, der Untergrundbewegung der Katholiken. Und alle, deren Namen hier stehen, waren jung. Sie starben im Alter von 12 bis 20 Jahren, als Opfer der Gewalt, die auch sie über andere brachten. Haben die Jugendlichen beider Seiten aus dieser Vergangenheit gelernt? Man hätte eigentlich vor Jahren schon damit anfangen sollen, der Polizei mehr Macht zu geben. Die hätten gleich zu Anfang die anderen ausradieren sollen. Nicht alle, aber diejenigen, die auf den Straßen kämpften. Meinst du, dass man alle Leute auf der Straße an die Mauer stellen sollte, einfach totschießen? Nein, man sollte alle, die gekämpft haben, erschießen. Das ist doch wohl das Gleiche. Ja, man sollte das einfach mitten auf der Straße machen, dann wüssten sie, was los ist. War denn Tränengas nicht gut genug? Nein, es ist ganz klar bewiesen, dass das nichts nützt, sonst wären die Unruhen schon zu Ende. Wir haben mit diesen Schwierigkeiten jetzt elf Jahre lang gelebt. Die Leute vor uns hatten es besser als wir. Wir haben mit den Problemen leben müssen und wir sind sie leid. Wir hätten gerne Frieden in Nordirland und deshalb hassen wir niemanden. Wir sagen, wir wollen ein vereinigtes Irland. Die Protestanten sagen, sie wollen es nicht. Aber deshalb so zu kämpfen, das ist wirklich sehr dumm. Es ist sinnlos, weil es niemanden weiterbringt. Es müssen nur so viele Menschen leiden. Protestanten müssen zur gleichen Zeit genauso leiden wie wir. Für jede Geschichte, die ich ihnen erzähle, können sie einen Vorfall aus ihrem Gebet nennen, der meinen Erfahrungen genau gleicht. Sie leiden genauso wie wir. Deshalb sollten wir zusammenhalten, in Anbetracht dessen, was im Moment passiert. Hat jemand von euch protestantische Freunde? Ich habe einige Bekannte, aber keine Freunde. Ich treffe sie in der Innenstadt, weil ich nicht zu ihnen kommen kann und sie nicht zu mir. Wir leben in verschiedenen Wohnvierteln und es ist für einen Protestanten in Belfast nicht ratsam, in die Falls Road zu gehen. Das ist für ihn zu sehr riskant. So treffe ich mich höchstens am Wochenende mit ihnen und kann eine Weile mit ihnen reden. Aber ich habe keine Chance, sie besser kennenzulernen. Hat jemand von euch überhaupt katholische Freunde? Ich habe einige kennengelernt, als ich letztes Jahr im Urlaub in Schottland war. Was würdet ihr denken, wenn ihr zusammen mit Katholiken in eine Schule gehen würdet? Würde es da Probleme geben? Es kommt darauf an, was für einen Religionsunterricht es gibt. Wenn es überhaupt keinen Religionsunterricht gibt, dann wird es auch keine Probleme geben. Das heißt, wenn der Religionsunterricht abgeschafft würde, dann gäbe es keine Probleme? Ja. Ist jemand von euch anderer Meinung? Nun, es wäre vielleicht in Ordnung gewesen, Katholiken und Protestanten gemeinsam zu unterrichten, als wir noch jung waren, als die Unruhen gerade erst angefangen hatten. Zu dieser Zeit hätte niemand viel von den Unruhen gewusst, aber jetzt, wo wir 15 und 16 Jahre alt sind, ist es schon zu spät mit der Mischung von Protestanten und Katholiken. Wenn man schon in den Grundschulen mit der Integration anfangen würde, dann wüssten die Kinder noch nicht, was los ist. Mit den Zwölfjährigen könnte man anfangen. Im Augenblick hat es keinen Sinn, Kinder zusammenzubringen, die sich nie außerhalb der Schule gesehen haben. Katholiken wissen, dass die Protestanten anders sind, aber sie verstehen nicht, warum das so ist. Ich glaube, es wäre für die Lehrer sehr schwierig, die Kinder friedlich in einem Klassenzimmer zusammenzubringen. Es herrscht zu viel Bitterkeit zwischen den beiden Konfessionen. Was meinst du persönlich, wie wird das alles enden? Das wird nie enden, vielleicht werden eines Tages die Unruhen aufhören, aber in den Herzen und Gedanken der Menschen wird die Erinnerung immer bleiben. Für uns gibt es nicht viel in Irland und es gab nie viel, nur Gewalt. Das ist alles, was wir sehen. Die Religion ist hier sehr mit Politik vermischt, das ist sehr schlecht. Daran sind die Politiker schuld. Sie haben Katholiken und Protestanten mit ihrer Politik so verwirrt. Das ist das Problem. Was denkt ihr von den verbotenen illegalen Organisationen, zum Beispiel von der IRA? Die Idee ist in Ordnung, ein vereinigtes Irland, eine Republik. Aber sie kann nicht verwirklicht werden. Das sollten die sich klar machen. Darum sollten sie die Menschen in Frieden lassen. Emily sagt, dass es falsch ist, Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen. Sie sagen, sie wollen ein vereinigtes Irland. Wenn sie das wollen, dann gibt es nur eins, sich zusammenzusetzen und reden. Durch Zusammensetzen und Reden erreicht man genauso viel wie durch das Töten, nur das ist viel schmerzlicher für alle anderen. Welche persönlichen, leidvollen Erfahrungen haben diese Schüler während der Unruhen gehabt. Mein Vater ist Reservist bei der Armee und er und meine Mutter kam einmal vom Tanzen. Sie waren auf der Suche nach einem Taxi. Sie sind die Entrum Road entlang gegangen. In dieser Gegend leben hauptsächlich Katholiken. Da kamen ihnen zwei Kerle entgegen und fragten nach Feuer. Dann nahm sie Ziegelsteine und schlugen auf meine Eltern ein. Ich war damals acht Jahre alt. Da steckten die Protestanten die Häuser in unserer Straße in Brand. Sie mussten buchstäblich auf allen Vieren aus dem Haus kriechen, weil sie die Straße anschließend unter Beschuss genommen haben. Die Kugeln flogen um unsere Köpfe. Wir mussten auf Händen und Füßen krabbeln. Wir konnten nicht ins Haus zurück. Vater und Mutter versuchten zu bleiben, aber es war zu gefährlich. East Belfast, fast ausschließlich von Protestanten bewohnt. Auch hier gibt es Elendsviertel, aber sie sind lange nicht so trostlos wie jene in den katholischen Lower Falls. Die Kräne der Werftanlagen von Harland & Wolf überragen die Häuser. Fast jeder, der hier lebt, arbeitet in der Werft, einem der größten Arbeitgeber in Nordirland. Hier lebt die protestantische Familie Rose. Der Vater von Laura Rose ist Werftarbeiter bei Harland & Wolf. Er kann sich glücklich schätzen, denn er hat seinen Job noch. Als Folge der blutigen Auseinandersetzungen der letzten zehn Jahre und der Wirtschaftskrise im gesamten Land musste Harland & Wolf viele Arbeiter entlassen. Von 22.000 blieben noch ganze 8.000. In den vergangenen fünf Jahren musste die Regierung in London viermal mit massiven Finanzhilfen einspringen, um die Werft vor dem Zusammenbruch zu retten. Laura ist 16 Jahre alt. In zwei Jahren verlässt sie die Schule. Später einmal möchte sie in einem Krankenhaus arbeiten, vielleicht als Physiotherapeutin. Und das ist Loras Schule, die Park-Parade-Schule in der Ormo Road. Hier stoßen protestantische und katholische Stadtteile aneinander. Im Gegensatz zu den katholischen Schulleitern, von denen niemand, bis auf Schwester Genevieve, Filmaufnahmen erlaubte, gab es hier keine Probleme. Filmen sei selbstverständlich erlaubt. Die staatliche protestantische Park-Parade-Schule wird von Jungen und Mädchen besucht. Die Familien dieser Kinder haben in den letzten zehn Jahren genauso gelitten wie die Katholiken. Auch viele dieser Kinder haben erleben müssen, wie Freunde oder Verwandte getötet oder verwundet wurden. Friedliche Bilder auch hier. Und doch darf man nicht vergessen, dass einige der älteren Schüler in ihren Wohnvierteln bewundernd als Hard Boys, als harte Jungen bezeichnet werden. Was sie tun, wann und wo, niemand gibt auf diese Frage eine Antwort. Kinder dieses Alters sind es, aus denen sich auf protestantischer wie auf katholischer Seite die Hilfstruppen der Terroristen rekrutieren. Kinder wie diese sorgen dafür, dass der Konflikt in Nordirland noch Jahre oder gar Jahrzehnte andauern wird. Im Laufe der letzten elf Jahre haben vielleicht 30 oder 40 Schüler durch die Unruhen ihr Leben verloren. Das ist die Tragödie vieler ehemaliger Schüler dieser Schule. Aber das Problem heißt ja nicht einfach katholisch oder protestantisch. Das Hauptproblem sind die sozialen Verhältnisse der letzten 50 Jahre in Nordirland. Wir haben hier die größten Wohnungsprobleme. Wir haben die meisten Arbeitslosen in Westeuropa. Wenn sich die sozialen Bedingungen nicht verbessern und mir scheint, dass sich darum eigentlich niemand kümmern will, dann sehe ich keine Möglichkeit für Fortschritte. Auch in den protestantischen Schulen nimmt die Kirche gezielt Einfluss auf die Erziehung der Kinder. Vertreter der protestantischen Kirche erklärten zwar in den letzten zehn Jahren oft, dass sie für ein integriertes Schulsystem seien, in dem katholische und protestantische Schüler gemeinsam unterrichtet würden. Aber immer wenn darüber verhandelt werden sollte, waren auch sie wie ihre katholischen Amtsbrüder nicht bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen. Schulleiter Neely spricht offen über die Ängste beider Seiten. Was für ein Religionsunterricht wird da in den Schulen gelehrt? Welche Bedeutung misst man den religiösen Dogmen zu? Sind die protestantischen Priester bereit, ihre Macht über die Schulen aufzugeben? Ist die katholische Priesterschaft bereit, ihre Kontrolle über die Schulen einfach aufzugeben? Wenn ja, dann kann man sich einigen. Wenn die Leute das versuchen wollen, gut und das ist schön. Aber in den Ghettos ist doch Integration ein absoluter Unsinn. Es ist so leicht, sich zu integrieren, wenn man den gehobenen Schichten angehört. Aber betrachten Sie doch einmal die Kinder der Ungelernten oder der Hilfsarbeiter, die unter grauenvollen sozialen Bedingungen leben. Betrachten Sie doch nur einmal diese Schule und denken Sie an die Schwierigkeiten, wenn die Kinder nur nach Hause gehen. Wenn meine Schüler durch eine katholische Gegend gehen, besteht immer die Gefahr, dass sie angegriffen werden. Um fair zu sein, muss ich sagen, das trifft natürlich im umgekehrten Fall auch für die Katholiken zu. Sie proben Robinson Crusoe, die Kinder der Park Parade Schule. In Irland gehören Musik und Tanz zum Leben. Auf beiden Seiten. Bei den Katholiken irische Tänze, bei den Protestanten ein altes Seemannslied. Für die Kinder bedeutet es auf jeden Fall die Flucht aus dem Alltag. Der Alltag sieht heute schlimmer aus als je zuvor. Die Slums von Belfast werden noch lange nicht verschwinden und die Menschen hier werden auch weiter ohne Hoffnung sein. Ihr Hauptproblem, die Arbeitslosigkeit. Auftragsmangel und Überkapazitäten trieben die Firmen in den Ruin und führten zu Massenentlassungen. Und das trotz riesiger Subventionen. Ausländische Firmen, erst vor wenigen Jahren mit hohen Steuervorteilen und günstigen Krediten ins Land gelockt, haben die Tore bereits wieder geschlossen. Das politisch unsichere Klima, Streiks und die ständige Bedrohung durch die Untergrundorganisationen, das waren die Gründe dafür. Die blutigen Auseinandersetzungen in Nordirland und die Wirtschaftskrise in ganz Großbritannien haben die Provinz an den Rand des Abgrunds getrieben. In Nordirland gibt es doppelt so viele Arbeitslose wie im übrigen Land. Zurzeit liegt die Arbeitslosenquote je Branche und Landesteil zwischen 14 und 17 Prozent. In einigen Teilen Nordirlands, vorwiegend in katholischen Gebieten, ist inzwischen jeder zweite arbeitslos. Die Docks von Belfast. Hier feierte Britanniens Schiffsbauindustrie einst Triumphe. Der Bau von Kriegsschiffen und von Ozeanriesen wie der Titanic sorgte für Hochkonjunktur. Heute besteht das Hauptgeschäft der Werften aus Reparaturarbeiten. Der Warenumschlag im Hafen ist gering. Vor einigen Jahren setzten die Verantwortlichen ihre Hoffnung auf den Containerverkehr. Platz ist genug vorhanden, aber das Geschäft bleibt aus. Viele Container und Ladefahrzeuge verrotten langsam. Keine Aussicht auf Besserung. Das wissen alle hier. Die Bilder des Aufbaus in der Innenstadt täuschen. Neubauten entstehen nur dort, wo zuvor Bombenanschläge die Häuser in Ruinen verwandelten. Niemand investiert gerne, obwohl die Regierung in London die Provinz mit fast einer Milliarde Pfund im Jahr unterstützt. Das sind fast fünf Milliarden D-Mark. Die Bilanz von zehn Jahren Bürgerkrieg. Rund 8000 Bombenexplosionen, etwa 28.000 Schießereien, mehr als 2000 Tote und unzählige Verletzte. Nur auf den Friedhöfen ruhen Katholiken und Protestanten friedlich nebeneinander. Aber selbst hier gibt es noch eine nordirische Variante. Wenn Protestanten diesen Friedhof aufsuchen wollen, der mitten in einem katholischen Stadtteil liegt, so tun sie das nur an den hohen Feiertagen, wie Weihnachten oder Ostern. Denn diese Tage gelten zugleich als Friedenstage. Zu anderen Zeiten lässt sich kein Protestant hier blicken. Die Furcht vor dem Terror ist zu groß. Die Innenstadt von Belfast, sie ist fast hermetisch abgeriegelt. Jede Handtasche, jeder Kinderwagen wird nach Waffen und Explosivstoffen durchsucht. Seit die nordirische Provinzregierung 1972 von der britischen Regierung abgesetzt wurde, bestimmt das Kabinett in London das Schicksal Nordirlands allein. Versuchten die Engländer zu Beginn der Unruhen mit immer mehr Truppen der Situation Herr zu werden, so gehen sie heute anders vor. Die Verantwortung für die Sicherheit der Bevölkerung, so sagen sie, sollen mehr und mehr die Nordiren selbst tragen. Die uniformierten Wachmannschaften und vor allem die RUC, die nordirische Polizei. Die britische Armee ist heute vorwiegend an der Grenze zur Republik Irland stationiert und in jenen Stadtgebieten von Belfast und Londonderry, die als Dangerous Areas, als gefährliche Gebiete gelten. Zwar ist der Verkehr im Zentrum von Belfast fast zum Erliegen gekommen, aber die Zahl der Bombenanschläge ist vor allem in den letzten zwei Jahren zurückgegangen. Private Autofahrer brauchen besondere Genehmigungen und müssen sich an mehreren Kontrollpunkten ausweisen. Außer Feuerwehr, Polizei und Armeefahrzeugen dürfen nur noch die Stadtbusse die Schranken passieren. In den meisten Stadtvierteln und vor allem in den Hauptverkehrsstraßen patrouilliert heute die Polizei. Gepanzerte Fahrzeuge, schwer bewaffnete, durch kugelsichere Westen geschützte Polizisten. Die Bürger sollen sich wieder an diese Männer gewöhnen, so wollen es die Briten. Lange Jahre war es anders. Die RUC war seit Beginn der Unruhen die meistgehasste Truppe in Nordirland. Mit erbarmungsloser Härte schlug sie 1969 auf jene katholischen Demonstranten ein, die mehr Bürgerrechte für die 500.000 Katholiken Nordirlands forderten, die sich von der Mehrheit der Protestanten im Land unterdrückt fühlten. Erst durch das harte Durchgreifen der Polizei eskalierte der Protest zum Kampf. Kein Polizist durfte sich seither in den katholischen Wohnvierteln sehen lassen. Er hätte es nicht überlebt. Wenn heute versucht wird diesen Zustand wieder zu ändern, so ist das ein schwerer Schritt, der von allen Beteiligten, vor allem von den Katholiken große Toleranz fordert. Erst in der letzten Zeit bemüht sich die Royal Ulster Constabulary, ihr Image als offizielle Ordnungsmacht aufzufrischen und für alle Seiten annehmbar zu machen. Dazu gehört auch, dass seit kurzer Zeit Polizisten wegen oft weit zurückliegender Übergriffe vor Gericht gestellt werden. Früher ein kaum denkbarer Vorgang. Diese Schulen sind, doch als es gesetzlich möglich wurde, integrierte Schulen aufzubauen, haben sie dieses Gesetz nicht angewendet. Wie hat die katholische Kirche reagiert, als Eltern ihre Kinder in eine nicht-katholische Schule geschickt haben? Nun, in diesem Stadtteil hat sich die Kirche überhaupt nicht darüber gefreut. Einigen Kindern wurde das Sakrament der Kommunion verweigert. Bis heute versagt man uns Hilfe bei der religiösen schulischen Erziehung unserer Kinder. Das hindert natürlich viele Leute daran, sich für uns zu entscheiden. Welche Zukunft hat nach Ihrer Meinung ein integriertes Schulsystem? Ich denke, die integrierte Schule kann eine wichtige Rolle spielen, um die Trennung der Konfessionen hier in Nordirland zu überwinden. Die Schulen an sich haben diese Teilung ja nicht verursacht. Sie existiert aus historischen und sozialen Gründen. Aber es muss einen Ort geben, an dem sich Schüler treffen können. Alle Meinungsumfragen zeigen, dass die meisten Leute integrierte Schulen haben wollen. Deshalb müssen wir einen solchen integrierten schulischen Sektor schaffen. Natürlich neben den katholischen und protestantischen Schulen, die selbstverständlich weiter bestehen werden. Eine Stimme der Vernunft. Aber wer hört schon darauf in Nordirland? Wenige scheinen die Integration zu wollen. Vor allem die Politiker nicht und auch nicht die Kirchen. Alle befürchten wohl bei einem Einlenken den Verlust ihrer Macht. Doch die haben in Nordirland schon seit langer Zeit die anderen. die Männer mit den Gewehren und den Panzerwagen auf der einen, katholische und protestantische Untergrundbewegungen mit ihren Bomben auf der anderen Seite. Alltag in Nordirland. Bombenalarmen der Innenstadt. Es ist der vierte an diesem Tag. Das Bombensuchkommando der britischen Armee rückt an. Polizei und Feuerwehr sind bereits zur Stelle, bereiten sich auf den Brand nach der Explosion vor. Ohne die britischen Truppen, auch das sagen manche hier, hätten die Unruhen schon unvorstellbare Ausmaße angenommen. Die Kosten für den Unterhalt dieser Soldaten betrugen allein im letzten Jahr fast eine halbe Milliarde D-Mark. Das ist mehr als Großbritanniens umstrittener Beitrag zur europäischen Gemeinschaft. Inzwischen ist bekannt, wo die Bombe liegen soll. In einer kleinen Seitenstraße, eingepackt in eine Einkaufstüte. Kein Problem für die Spezialisten der Armee. Für Bomben, die offen auf der Straße oder in Fahrzeugen deponiert sind, hat man ein Spezialgerät entwickelt. Ein Roboter, der auf Ketten rollt und stellerne Greifarme besitzt. Vom Kommandopanzer aus ferngesteuert, rollt er in die Seitenstraße, um die Plastiktüte zu untersuchen. Doch wie sich wenige Minuten später herausstellt, waren die Vorbereitungen fast umsonst. Nur ein kleiner Knallkörper explodierte. Noch nicht einmal Sachschaden entstand. Alltag in Nordirland. Auch das gehört dazu. Neugierige Passanten stehen am Straßenrand hinter einer Ehrenwache der Polizei. Ein hoher Polizeioffizier erhält das letzte Geleit. Er wurde auf offener Straße erschossen von drei maskierten Männern. Mitten in Belfast, um die Mittagszeit. Er war verheiratet und hinterlässt Frau und zwei Kinder. Zu dem Mord hat sich der radikale Flügel der IRA bekannt. Und so wird es weitergehen im Nordirland. Auf diesen Mord an einem Protestanten wird wieder ein Anschlag auf einen Katholiken folgen. Und so fort. Jeden von ihnen kann es treffen. Zu jeder Stunde. Das wissen sie. Einen Ausweg aus dieser Situation weiß dagegen niemand. Die Politiker in Nordirland nicht. Die Regierung in London nicht. Nicht die Militärs. Und schon gar nicht die Bevölkerung. Solange es noch Politiker gibt wie Ian Paisley, jenen fanatischen Sektenprediger, der den Grund allen Übels in der Anwesenheit der Katholiken in Nordirland sieht und Tag für Tag Hass und Gewalt predigt, solange Menschen nur durch Waffengewalt daran gehindert werden können, einen neuen Bürgerkrieg zu beginnen, solange wird der Hass bleiben und mit ihm das Leid. Jedermann weiß, dass es eine politische Lösung in Nordirland ohne die Beteiligung aller Gruppen und Konfessionen nicht geben kann. Friede kann nur eintreten, wenn soziales Unrecht und politische Unterdrückung aufhören. Und wenn endlich ein Versuch gemacht wird, religiöse Toleranz zu üben. Die uralte Frage aber ist, wer wird zuerst nachgeben? Und wird ihnen dies nicht wieder als Schwäche ausgelegt? Die Schwachen, das sind in diesem Konflikt vor allem die Kinder. Sie wachsen in die Trostlosigkeit Nordirlands hinein. Ohne Zukunft und ohne Hoffnung. Viele von ihnen resignieren schon heute. Ich habe keine Zukunft, das ist kein Leben hier für uns. Wir haben keine Zukunft, ich muss wohl auswandern. Im Jahre 1826 erklärte ein katholischer Bischof, Ich kenne keine andere Möglichkeit für ein besseres Leben in Irland, als Kinder in einem frühen Alter in den Schulen zusammenzubringen. Damit sie lernen, einander zu vertrauen und damit sie jene Freundschaften bilden, die oft ein Leben lang andauern. Wie gesagt, das war 1826, vor 155 Jahren. Wie heißt es in diesem Lied? Ich möchte die Welt mit den Augen eines Fünfjährigen sehen. Ich möchte noch einmal ein Kind sein. Die Welt der Kinder in Nordirland wäre auch dann nicht schöner. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte die Welt durch fünf Jahre altes Fünfjährigen sehen. Frieden in Nordirland. Frieden in Nordirland. Frieden in Nordirland. Flwent enden in Nordirland waren in Nordirland. In Nordirland waren hier im Senioren Sinai uhr auf den Hip heh-Bevälischen. Ich mostlyется in Jordan und Velland waren in Nordirland. Auf dem titelnd waren sie zusammen ziemlich einfach aussitzender Teilen. Auf dem Wolfgang TEDIF quer. Und die Website zones in den profitieren defender piping Messiost öfter. Und zwei Seiten verpflichteten sich zu Gewaltverzicht, Gleichheit, und Achtung der Menschenrechte. Nach Jahrzehnten blutiger Auseinandersetzungen dann 2007 eine neue Regierung aus einst verfeindeten Protestanten und Katholiken. Und 2011 der historische Besuch der britischen Königin. Die Queen drückt ihr Mitgefühl für die Opfer des jahrhundertealten Konfliktes aus. Ein bedeutendes Ereignis. Der Versöhnungsprozess geht weiter. Ausschreitungen, wie sie bei traditionellen Gedenkmärschen immer wieder vorkommen, werden daran nichts ändern. Da ist sich die Politik einig. Auf Wiedersehen.